Gleich bei RTL. Walter muss vor Gericht. Der Mordprozess geht los. Eigentlich will ich nur sehen, wie du für den Mord an Ines nach Präko wandernst. Ich habe Ines nicht umgebracht. Aber alles spricht gegen sie. Walter hat gesagt, dass sie es war. Nur Ginger kann ihr noch helfen. Ich weiß, dass du Angst vor Natascha hast. Ich kann dich vor ihr beschützen. Und im Gegensatz zu ihr verlange ich nichts dafür. Nur die Wahrheit. Hinter Gittern. Gleich.